Gute, tja, letzte Woche fast noch Frühling, heute schon wieder Winter. Ja, langsam nervt es ein Zeit, dass jetzt wirklich der Frühling kommt und dass es richtig schön warm wird. Ich will mich auch auf diesem Weg nochmal bei allen meinen Abonnenten bedanken. Freut mich sehr, dass ihr mich so unterstützt. Ich hoffe, ihr bleibt an Bord und ich werde mein Bestes tun, um auch meine Filmchen zu verbessern und Fortschritte zu machen. Ich danke euch, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, geht raus, genießt die Freiheit, genießt die Natur. Bis demnächst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020